Was ne schwere Geburt, Leute. Was ne schwere Geburt. Kannst du dir nicht ausdenken. Holy. So. Ei, ei, ei. Ui, 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 ui. So, jetzt muss ich mal gucken. Kurze Bestandsaufnahme. Jetzt füttere ich erstmal das hier. Dankeschön. Habe ich nämlich das hier schon mal wenigstens zentos? So, okay. Was brauche ich denn jetzt, um das Ding hier wieder anzuzünden? Oh, das wird wieder lustig. Okay, Holz. Erstmal Holz rein. So, dann brauche ich wahrscheinlich einen Anzünder, ne? Ja, toll. Dankeschön. Ah, okay. Komm, aber das hier. Das hier. Ei, 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 ei. Kein Anzünder. Stefan, ich wünsche dir eine gute Nacht. So. Ja, Leute, ich spiele auch einfach was anderes. Ich frag da gar nicht. Wie gesagt, frag da nicht. So. Okay, anzünden. Jetzt gibt es gleich erstmal gutes Fleisch, Leute. Gutes Fleisch. Als nächstes mach ich mir dann die Angel, oder? Ich glaub, das wäre eine gute Idee. So, was fehlt mir noch? Wir fehlen noch vier Stück von denen. Okay, warte mal. Hier. Ein, zwei, drei, vier. Mach ich mir erstmal eine Angel. Fehlen mir noch. Böckchen, okay. Kein Problem. Eins, zwei, drei, vier. So. Sollte reichen, oder? Denke schon. Ach, ich hab mir erstmal eine Angel. Kann ich wenigstens das Fischen gehen? Mal etwas. So, hier, guck mal hier. Halb gar. Jetzt gibt es gleich gutes Wolfssteak, Leute. Richtig gutes, durchgezogenes Wolfssteak. Dann läuft die Sache wieder. Guck, bei deiner Base nimmt der Teich im kleinen Kreis looten. Das macht die Sache ein bisschen einfacher für den Start. Ja, das glaub ich dir. Glaub ich dir. Aber ich wär doch nicht der Dock, wenn ich's mir leicht machen würde, oder? Dann wär ich doch nicht der Dock. So, das rüber. Dankeschön. So. Ich geh mal schnell hier ans Wasser. So. Das rüber. Erstmal das hier abkochen. Ah, stimmt nicht. Oh. Das hat ja hier unheimlich viel Zeug verbraten. Oh. Okay. So. Okay. Essen. Ach ja, ich liebe es, wenn die Balken wieder hochgehen, Leute. Das ist cool. Wenn die Balken hochgehen, richtig geil. Warum macht's jetzt hier Bip, Bip? Leute, jetzt geht's rund her. Ja. Jetzt geht's rund. Jetzt versteht der Dock keinen Spaß mehr. Jetzt ist vorbei mit Spaß. Jetzt ist Krieg. Hahaha. Hahaha. One Blood, ich grüße dich. Hallöchen. Ach, den Wolf Kippel. Hahaha. Von wegen. Hahaha. Oh, Kiste. Dankeschön. Nimm ich mit. Kann ich gut gebrauchen. Dankeschön. Ach, läuft. Da ist noch so ein Wolf. Nimm mal diese Wölfe, Leute. Gibt's ja nicht. genug Pfeile einstecken? Noch genug Pfeile? Ja, ja. Hier. Kriegste. Bitte schön. Da. Club. Haha. Ich habe dich getroffen. Ich habe dich getroffen. Hahaha. 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 Eben, da neben, da 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 Hopp Weck bist du Was sagst du jetzt, hä? Läuft Dankeschön Ach, so muss die Sache laufen, Leute Genau so und nicht anders Gut, das ist gut Das ist sehr gut Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön Oh, yeah, nehm ich doch gerne So, okay Dann das hier wieder rüber Äh, ne Leber, Leute Uh, ne Leber Leber, da brauche ich jetzt hier nur Sehgras und was ist das hier? Medizin Okay, kann ich aber noch nicht machen Okay, das heißt, die Leber kommt jetzt hier drauf Zack Geht noch nicht Oh, warte Erstmal hier noch ein bisschen Holz drauf Wo habe ich das Holz jetzt hin? Holz geholt, da ist es doch Boah Bevor mir das Ding hier ausgeht Das soll ja nicht passieren, ne Boah, pass mal auf Wenn ich gleich hierher gehe Dann kann mir gleich ein neues Zeug herstellen Vielleicht ist mal hier eine neue Foundation Und ich mach mir jetzt die Angel, Leute Ich mach mir jetzt die Angel Guck hier Da Herstellen Oh, yeah Wolft Alpgar Da komm, ich pfeife das hier schon mal rein Bevor es schlecht wird Ja, Schad drum, oder? So, Leute Ich hab auch jetzt auch mal Angel Aha Okay Äh Zack, zack Leute, es wird Ich hab's euch gesagt Es wird, ja Einmal drin Und dann läuft die Sache So Ist auf, fertig Dankeschön So Perfekt So, hier nochmal ein bisschen was nachgelegt Bevor es ausgeht Sehr schön Wir können nämlich jetzt erstmal hier schön In der Namen Umgebung Nämlich hergehen Und können erstmal hier Richtig schön ein bisschen looten Hier hatte ich schon Okay, alles klar So, hatte ich den hier schon? Den hatte ich noch nicht Gleich war die Wende Ganz genau Und so kam die Wende Jetzt läuft die Sache, Leute Jetzt lübt es Ich mein, Bölfi hat recht gehabt Als Bölfi geschrieben hat Ja, hier macht ihr doch mal eine Angel Ja, sie hat recht gehabt Aber Ich bin doof Ja, ich höre halt nicht so gerne Ja, ich muss erst 20 mal sterben Bevor ich höre Wie gesagt Die Angel hätte ich schnell gehabt Hätte ich fischen gehen können Hatte absolut recht damit gehabt Aber egal Egal Oh, eine Tasche Jetzt werde ich beinahe an der vorbeigerannt Du Richts gut So Oh, ein Verband Dankeschön Läuft Läuft Okay One Plage Entschuldigung Aber du weißt doch Doppeltelt besser Sven Ich wünsche dir eine gute Nacht Schön, dass du mit dabei gewesen bist Bis zum nächsten Mal Oh Leute Jetzt läuft die Sache Jetzt läuft die Sache Ja Jetzt geht's hier mal los Gerade auf die Angelmarken Und schon bist du fertig zum Angeln Ganz genau Hast du recht Das ist das, was Bölfi gerade auch gemeint hat Werde ich jetzt gleich einfach haben können Wenn ich auf Wölfe gehört hätte Wäre ich gar nicht gestorben Hätte ich mal auf sie gehört Ja Hätte ich mal auf sie gehört Oh nein Der Doc und seinen Dickkopf Ja Oh, da ist auch noch eine Tasche Ich seh sie Ich seh sie Lüchenschönheit So Lüppt So Warte mal Habe ich ja auch mal ein paar Federn Oder so Nee Hatte ich jetzt nicht mehr gesammelt Schade 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 Aber nicht schlimm Muss einfach nochmal ein paar Hühnchen jagen Damit ich Federn bekomme Aber Leute Guck mal Es läuft schon auf jeden Fall schon besser Es läuft besser als vorher jetzt Ja Jetzt kommen wir so langsam in den Flow Und ich muss halt auch aufpassen Ich darf nicht so weit weg Oh Rot Nehmen wir mit Dankeschön Läuft War hier nicht eben auch noch was Da war ein Hühnchen Leute Da ist ein Hühnchen Holen wir uns gleich Jetzt aber oder Pass auf Klub Habe dich Ich hab dich Ich hab dich Nene 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 Okay Hühnchen Wo bist du? Da ist das Hühnchen So Schlachten Dankeschön Hier Federn Läuft Ah herrlich So Pass mal auf Hier Munition Oh Stöckchen Warte Äh Stöckchen So Gleich Pfeile nacharbeiten Ganz wichtig Äh Hallo Pfeile Achso Ja Hab keine Pfeile mehr Sehr schön Aha Hab dich Gibt's oder noch So Leute Das soll einmal Einer sagen Ja Der Doc kommt nicht Zurecht Okay Gleich wieder Munition Leute Hier Zack Zack Dankeschön Läuft Entschuldigung Dankeschön Dankeschön Jeder startet anders Jetzt hängt's hier Leute Jetzt hängt's hier Holy Dann wünsche ich dir einen schönen Abend Schön dass du mit dabei gewesen bist Ich war auch zweimal verhungert Da ich nicht geangelt habe Das ist immer Marcel ich grüße dich Hallöchen John danke Roman danke 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 Oh hier läuft Also essen ist jetzt kein Problem mehr Leute Essen ist jetzt kein Problem mehr Hier erstmal essen wir die Leber Hier Dankeschön Vielen Dank Das lüppt Das lüppt Das lüppt Das lüppt Oh warte mal Das war hier Oh Essen Obst und Gemüse Leute Ganz wichtig Hasenbraten Keine Hasenbraten Okay Alles klar Verständlich Absolut verständlich Leute Warte mal Wie viele Pfeile hab ich denn jetzt Heben Okay Ja das macht aber jetzt keinen Sinn Ich will jetzt nicht die ganzen Pfeile verschwenden Leute Ich würde mich gerne mal rüsten Und würde eigentlich mal gerne losziehen Und würde gerne noch weiter looten Eigentlich Gehen einfach mal her Und werden mal versuchen zu angeln Linke Maus anhaken Rechte Maus Einfuhren Alles klar Leute wir probieren mal unser bestes Mal gucken was dabei jetzt rumkommt Ne Das ist Subsistence Survival Game Ein absolutes Survival Game Subsistence Leute Subsistence Steht auch im Titel Steht im Titel Das erste Wort was drin ist Steht im Titel So heißt das Spiel Hab dich Hahaha Oh komm mal her Hau ab Hau ab du blöder Vogel Hau ab Guckt euch diesen Arschlochvogel an Boah dich müsste ich jetzt alle machen Wenn der jetzt nochmal kommt Freunde ich mach den alle Ich mach den alle Ich hätte jetzt bitte gerne ein Autotourette Ein Autotourette aus Ark Wenn es geht ja Hahaha Bitte jetzt ein Autotourette Na komm schon Das kann doch jetzt nicht so lange dauern Auf jetzt Los Okay cool Kenn ich doch gar nicht Marcel Macht aber auf jeden Fall Laune Ja Also wenn du meinst Ark ist schwierig Ja Ark ist im Gegensatz zu dem Spiel hier Kindergarten Ah komm schon Komm schon Auf Bitte beißen sie jetzt Will grad nicht Die Fische haben heute keinen Hunger Sie haben keinen Appetit Sie möchten nichts essen heute Sorry Tut mir leid Ja das ist natürlich ein bisschen nervig In dem Spiel Es kann wirklich dauern Es kann dauern bis irgendwas anbeißt Es dauert ein bisschen Ja Möchtest du Muss Geduld haben Ich weiß Deodora Ich weiß Ich weiß Geduld musst du haben Junge Padawan Wie Geduld du haben musst Geduld du haben musst Junge Padawan Wie sie sehen Sehen sie nix Ach ist das nicht herrlich Oh Dankeschön Aber jetzt oder Einer meiner Ach ehrlich Ich kann aber nur ein kleiner zu sein Oder bei jetzt so ein kleiner Ach Auch mal auf den Grill So Erstmal da rein Und dann Zack Darüber Dankeschön So Wie sieht es essenstechnisch aus Ja Essenstechnisch geht es noch Aber ich könnte mal was trinken Leute So Warte Hier Komm mal rüber Dankeschön So Das hole ich mal raus So Warte mal Das könnte ich mal in der Zwischenzeit machen Hier eine Lagerkiste Wäre doch auch noch nicht schlecht Oder Oh Das wird echt knapp Leute Das wird echt knapp 3 3 Muss ja wieder hergehen Muss ja schon wieder Fasern sammeln Aber ich hab wegen schon mal eine Kiste Leute Wegen schon mal etwas Ja So Okay Der ist klar Dankeschön Läuft Aber ich brauch eine Lagerkiste Leute es geht nicht anders Ich brauch eine Lagerkiste Garg ist nicht schwierig Zumindest ist es für mich Spiele so gut wie alle Survival Games Zuletzt hab ich Scum und Green Hell gespielt Ist auch sehr cool Ja Das sind auch alles coole Spiele Sind alles auch coole Spiele Hast du recht So Zack Jetzt erstmal eine Lagerkiste Leute Yes Ach stimmt ja Ich hatte hier noch was gehabt Hier guck mal da Äh Wie war das? Wo war das? Ist das richtig rum? Wo ist es richtig rum oder? Guck Sehr schön Okay Oh Hauen wir mal hier die Lagerkiste hin Ah Seht ihr Läuft So Gleich mal die Sachen hier raus Die wir schon mal aufheben So Okay Warte mal Die Bretter raus Den Schrott raus Die Elektronik raus Das hier raus Das hier raus Raus Das hier tun wir auch schon mal alles raus hier Das hebe ich auch erstmal auf So Das hier brauche ich jetzt auch erstmal nicht Das ist egal Das lasse ich dabei Das lege ich mal hier runter So Machen wir so Machen wir so Alles ein bisschen sortiert Leute So So Und hier mache ich auch mal hier runter Komm die Nägel lasse ich jetzt erstmal hier oder Rolft oder? Rolft So Perfekt So